Hallo, 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 hallo und herzlich, herzlich willkommen Auf unserem Kanal, Kanal, Kanal Freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist Und in dem heutigen Video habe ich mal ein Book-Headen für euch Also alles rund um Book-Trigger Und wir werden natürlich auch ein bisschen quatschen Also lehn dich zurück, lehn dich zurück und relax, relax, relax. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Hit, 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 hit der Subscribe-Button und schaut gerne mal in der Infobox vorbei für meine sozialen Medien wie Instagram, Patreon oder auch OnlyFans. Ich bin doch super aktiv. Und ich mache übrigens auch Custom-Videos, also falls du mal interessant an deinem eigenen Video hast, dann schreib mir gerne ein E-Mail und ich verrate dir alle Details. Es ist super, super warm heute, also bitte entschuldigt, falls ihr meinen Ventilator hören könnt. Aber ich halte es in meinem Zimmer ohne dieses Gerät nicht aus und auch für die Hintergrundgeräusche. Sorry, heute ist super viel los bei uns. Aber jetzt quetschen wir nicht länger, sondern let's get started. Wahrscheinlich kann man es auch an meinem Gesicht erkennen, wie rot ich bin. Die ganzen letzten Wochen war es nur kalt, es hat nur geregnet und jetzt auf einmal ist es wieder so heiß. Also das Wetter in Deutschland kann sich wirklich nicht entscheiden. Es ist wie im Herbst. Okay, ihr könnt auch wahrscheinlich gerade meine Mutter im Hintergrund hören. Also, kleine Pause. Heute ist tatsächlich auch ein sehr random Video, denn ich habe in letzter Zeit so, so unglaublich viele Book-Tapping-Videos gesehen oder generell Book-Triggers und ich habe sie mir stundenlang angehört, stundenlang. Ich habe mir eine extra Playlist sozusagen dafür erstellt. Ich war hin und weg. Und ich dachte mir, irgendwie habe ich, glaube ich, bis jetzt nur ein Video so richtig Book-Tapping gemacht. Deshalb habe ich heute nochmal eine etwas größere Auswahl. Und wir beginnen auch direkt mit dem ersten Buch. Ihr habt natürlich auch ein paar verschiedene bei euch und werdet auch mal ein paar verschiedene Checker machen. Und ein bisschen drüber erzählen werden wir auch. Das hier ist Sag, dass du mich liebst. Von Joy Fielding. Das war auch mal ein Spiegel-Bestseller. Kein aktueller. Ich glaube, das Buch ist schon ein bisschen älter. Ein Roman. Den hat meine Mutter sich gekauft und dann gelesen und ich hatte es mir danach auch durchgelesen. War auch ein echt gutes Buch. Also gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsbüchern, aber es war in Ordnung. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich bin nämlich auch so der Typ, also natürlich liebe ich zum einen diese Dark Romance. Das ist so meine liebste Genre-Reihe, sag ich jetzt mal. Aber die mag ich auch super gerne. Das sind so Thriller. Oder halt auch richtige Horrorbücher, richtige Thriller. Das ist dort dann schon eher noch ein Roman. Aber es grenzt schon so relativ nah daran, wenn ihr versteht, was ich meine. Bisher war sie immer die Jägerin und nun weiß sie, wie es ist, das Opfer zu sein. Als erfolgreiche Privatermittlerin in Miami ist es Bailey Carpenter, gewohnt die Dinge unter Kontrolle zu haben. Das ändert sich schlagartig, als sie eines Nachts zu einem unbekannten Bruder überfallen wird. Von nun an quälen Bailey Panikattacken und Albträume. Sie ist besessen von dem Gedanken verfolgt zu werden und dann bemerkt sie, dass ein Nachbar im Hoher Haus ging, was ihr beobachtet. Bailey ist außer sich vor Angst, denn er scheint ein magaberes Spiel mit ihr zu treiben. Doch niemand will ihr glauben, selbst dann nicht, als der Mann in seiner Wohnung einen kaltblätigen Mord begeht. Also, ist schon auch ganz in Ordnung. Hier habe ich auch ganz in Ordnung. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Deshalb, da hatte ich mehr. Machen wir mal mit meinem aktuellen weiter. Und Leute, wenn ihr diese Bücher nicht kennt, lest euch eine Leseprobe davon auf Amazon durch, von dem ersten Buch. Ihr werdet nicht mehr aufhören können. Ich habe das erste Buch innerhalb von drei Tagen durchgelesen. Ich habe sofort das zweite, hatte ich schon nach den ersten zehn Seiten bestellt. Und nachdem ich das Buch vollständig gelesen hatte, hatte ich mir die nächsten vier Bücher bestellt, weil ich konnte nicht anders. Und ich werde mir auch die letzten Bücher noch bestellen für meinen Urlaub, denn ich werde sie verschlingen. Das könnt ihr mir glauben. Jetzt fängt es an mit Hageln. Okay. Du hast dich der Elite widersetzt und ich sagte dir ja, was geschehen wird, wenn du nicht gehorchst. Du bist wie ein Schmetterling, der gerade frisch geschlüpft ist, das Fliegen lernt. Lektion 2. Deine Flügel werden gestützt. Aber auch wenn du noch so hübsch schimmerst, mach dich auf das zweite Semester gefasst, Welle. Denn wir ändern erneut die Regeln. Wir regieren diesen Campus und werden nicht zulassen, dass jemand unsere Macht anzweifelt. Willst du dich wirklich einer zweiten Runde stellen? Jetzt kommt mein Nachbar, der immer super, super laute Musik in seinem Auto an hat. Der kommt immer Punkt 15.30 Uhr, so was in dem Dreh, wenn er ein Feierabend hat. Und er fährt genau dort auf seinen Hof, deswegen kann man das hören. Aber das ist tatsächlich gleich wieder weg, denn sobald er aussteigt, ist die Musik aus. Von daher, wie gesagt, es gibt für mich keine besseren Bücher. Ja, ich habe noch viele weitere davon. Also, ich bin hin und weg von diesen Büchern. Die fesseln einen so sehr, dass ich, wenn ich tagsüber unterwegs bin, einfach nur daran denken kann. Oh mein Gott, ich will nur nach Hause mich auf meinen Sofa setzen und dieses Buch weiterlesen. Glaub mir, an was anderes kann ich nicht denken. Mabel ist vom Campus geflohen, doch sie wird ihr Stipendium nicht aufgeben. Als sie zurück nach Kingston kommt, rechnet sie mit dem Schlimmsten. Tatsächlich tritt aber nicht nur ein neuer Verbündeter auf das Feld, um ihr zu helfen. Wer ist Romeo? Auf welcher Seite steht Vance? Und wieso versuchen die Kings plötzlich, sie vor dem Spiel zu beschützen? Dark College, Bully Romance, Reverse Harem. Du willst nicht teilen, sieh schon. Dich, Bully Romance, Reverse Harem. Dich, Bully Romance, Verstogenic Youtube. Dich, Bully Romance,弓 W impactedament, comer ungeschmutzung. Dich, Bully Romance, Okay. Okay, sehr gut, meine Lieben. Das war es auch direkt mit Teil 1. Vielleicht träge ich auch noch zwei weitere Teile, die an alle, denke ich mal, zeitnah miteinander online kommen. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Lass auf jeden Fall gerne einen Daumen um da, wenn du es mochtest. Und hättet ihr den Subscribe-Button nicht vergessen. Das bedeutet mir nämlich sehr, sehr viel, wenn wir noch weiter wachsen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne gute Nacht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und es fängt jetzt wirklich sehr doll an mit Regnern. Also, naja, wir werden mal sehen, wie das zweite Video so wird. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.